Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Smash Bros. Wir spielen Bayonetta. Und um zu gucken wie die so ist, kämpfen wir mal in einem großen Gewusel. Lassen unsere Rivalen aber mal übrig. Hmm, ich hab sie kurz getestet. Also ich hatte sie schon auf dem 3DS, aber irgendwie hat sie sich da anders gespielt. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, die auch auf der Wii U zu spielen. Und sie spielt sich wie gesagt ein kleines bisschen anders. Weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Ob ich das einfach jetzt zu lange pausiert hatte. Also ich hab den zur selben Zeit runtergeladen. Ja, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, die Mavta Wii U zu spielen. Und ich muss sagen, was aber auf beiden Versionen so ist, die Kombofähigkeiten in der Luft sind ziemlich, ziemlich gut. Um nicht zu sagen, sie sind überdimensional gut. Also, gerade wie oft man in der Luft springen kann, ist ziemlich übel. Ähm, lass mich mal bitte ganz kurz hier raus. Ja, die Smashes nach oben und unten wiederum sind nicht so gut wie die von anderen Charakteren. Die haben zwar unglaublich viel Durchschlagskraft, aber man kann einfach nicht in beide Richtungen gleichzeitig kämpfen. Das heißt, wenn ich entweder nach oben oder nach unten kämpfe, äh, schlage meine ich natürlich, dann habe ich nur eine Richtung, die ich schädigen kann. Wie jetzt vor mir und vor mir. Das ist halt jetzt nicht so cool. Ähm, ist aber an sich jetzt nicht schlecht, weil die Durchschlagskraft ist hoch. Und wenn man sich zusammenreißt, trifft man natürlich trotzdem. So, äh, das war seltsam. Das Ende war komisch. Okay, gut. Wir haben uns relativ gut geschlagen für so einen großen Kampf. Ja, haben nichts Neues bekommen. Danke dafür. Und um jetzt vielleicht den Charakter ein kleines bisschen besser zu zeigen, nehmen wir mal einen etwas einfacheren Kampf mit einem einzelnen Gegner. In der Hoffnung ist ganz jetzt besser Zeit, ne? So, mal sehen, ob wir dazu kommen, den Super Smash zu benutzen. Der ist hier ein kleines bisschen komplizierter als bei anderen Kämpfern. Oder leichter? Ich kann es nicht ganz ausmachen. Das ist eine Sache für sich. Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Ich werde von einem Luma vertrauschen. Das finde ich nicht okay. Okay. Gut. Sehr schön, sehr schön. Och, schade. Ich habe gedacht, ich treffe sie nochmal. Und ich treffe nicht nur... Das hat mich schon verwirrt, dass sie sich da selber ranzieht. Oh. Rosalina? Das ist nicht okay. Nimm das. Danke. Eh. Das ist okay. Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte gedacht, Rosalina wird nicht so heftig. Aber nein. Rosalina stellt sich echt ganz schön gut an. Ach. Ich habe gedacht, ich habe diesen Puste-Dings. Aber nein. Ganz falsch. Dann muss ich mir jetzt nochmal einen neuen Gegner suchen, bei dem ich diese Luft-Kombos vielleicht ein bisschen testen kann. Hm. Vielleicht sollte man nicht nur im Übenden-Modus testen, wo die Charaktere still stehen und mehr oder weniger still runterfallen. Testen wir das mal hier. Vielleicht kriege ich ja hier mehr hin. Auf jeden Fall ist es auch ganz nett, um zur Stage zurückzukommen, weil im Endeffekt kann man mit B hoch, B rechts und der Sprung-Taste nach oben kommen. Das heißt, man hat mehr Möglichkeiten. Und seitdem es keine Charaktere mehr gibt, die fliegen können in Smash Bros. 4, glaube ich, dass dieser Charakter quasi der ist, der am meisten macht. Achso, in der Luft. Am meisten springen kann zumindest. Hm. Sehr gut. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, wie lange diese Mom im Hintergrund Schaden verursacht, aber es ist wahrscheinlich trotzdem zu lange. Nein, das ist schlecht. Was ist das eigentlich? Ach, das ist der WarioWare-Vogel. Ich war mir am Anfang wirklich nicht so sicher, ob das jetzt ein neues Spiel ist, von dem ich noch nicht so ganz weiß, weil ich sehe den gerade zum ersten Mal. Ach, komm schon. Danke. Danke. Schade eigentlich, dass er jetzt cooler gewesen wäre, wenn ich nicht in den Abgrund gekracht wäre. Oh, vielleicht sollte ich nicht da drin stehen. Sehr gut. Super, super, super gut. Schön, auch das war gut. Ach, das ist schlecht. Gut, okay. Yoshi hat mich ins Ei geholt. Und damit mehr oder weniger sogar gerettet. Sehr schön. Dann komm mal her. Ja, das ist schade. Na, komm mal runter. Nicht so. Das war unglaublich clever. Das war auch unglaublich clever. Ich liebe übrigens das Lied im Hintergrund. Wir haben es immer noch nicht geschafft, im Endeffekt, die Luftkombus mal zu zeigen. Das ist schade, aber im Endeffekt sind mir die Siege erstmal wichtiger. Vielleicht kann man ja beim Kampf gegen die Master und Crazy Hand irgendwie zeigen, was Bayonette in der Luft kann. Weil ich mag das eigentlich gerne zeigen. Das ist echt cool. Probieren wir es mal hier. Vielleicht haben wir da irgendwas, was in der Luft bleibt. Uh. Ähm. Rosalina, du warst ziemlich stark. Du kommst mal mit. Jetzt müsste sie total schwach sein. Das wäre furchtbar. Vielleicht kriegen wir auch nochmal die Welt von Bayonetta. Wobei ich das nicht glaube, wenn wir sie selber spielen. Oder ich weiß nicht, ob das irgendwie im Zusammenhang steht. Oh, und wir haben ja nochmal Rosalina. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Super. Gut. Also ich muss sagen, ich mag die Attacken von Bayonetta sehr. Auch wenn sie manchmal nicht so einfach zu koordinieren sind. Ich mag das. Auch das ist eigentlich ganz cool. Ähm. Das ist quasi so ähnlich, als hätte der oben und da unten es mehr stehen von Palutena. Die müssten ja eigentlich ähnlich funktioniert haben. Zumindest dieser hier. Da war es mit einer Lichtsäule statt mit einer riesigen Faust. Aber im Endeffekt. Es war das gleiche. Das war nicht das, was ich wollte. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ich springe hier zwei Sterne rum. Das ist blöd. Na gut, okay. Jetzt. Ist ein Stern weniger geworden? Mh. Bam. Oh. Pingu. Geh mal bitte nach draußen. Moment. Wir schaffen das jetzt mit dieser blöden Luftkombo. Wollte ich ursprünglich sagen. Hm. Das war es nicht. Aber ja, man kann halt relativ gut springen. Ich würde das nur gerne mal mit Angriffen zeigen. Jawoll. So ist das doch schon viel besser. Wir kommen trotzdem total bequem zurück. Das war jetzt zwar eine Einschlagkombo in dem Sinne, aber... Ach. Man weiß ja nie. Okay, gut. Wir haben noch einen Kampf von Timmy. Das ist ziemlich nett. Hm. Vielleicht kriegen wir wenigstens noch ein paar Statuen. Gab übrigens ziemlich viele neue gleich instant dazu. Und ich frage mich jedes Mal, ob sie trotzdem neue Statuen noch mit einbauen, die man nicht gleich von Anfang an bekommt. Nein. Nein. Wir müssen ja noch was zeigen. Bayonetta kann ja noch so was ähnliches wie Kontern. Das habe ich ganz vergessen. Moment. Ähm. Wir machen das mal. Das geht natürlich super, wenn man das zeigen will. Und dann macht man nur die Auswärtsattacke. Nicht so gut. Ach nein. Das ist übrigens schlecht. Okay, gut. Das meine ich übrigens mit, der Angriff geht halt nicht in die andere Richtung. Sehr schön. Jetzt haben wir es gezeigt. Das ist diese Hexenzeit. Das ist ganz nett. Das hat der Nest gerade ganz kurz mal an sich dran. Ähm. Wenn wir getroffen werden, wären das quasi passiert. Wow. Dann, ähm, sind wir kurzzeitig in einer Art, ähm... Ja, es ist nicht wirklich gekontert, aber es ist so eine Art Zeitlupe. Nur nicht für uns, sondern für den Gegner. Das ist cool. Und ich habe das Gefühl, das ist unfair für Nest gleich. Äh. Nicht deswegen, aber ja, deswegen vielleicht auch. Gut. Dann hat dieser blöde Blasebald, der uns zweimal übrigens den Sprung aufs Flugzeug verhindert hat, wenigstens den Kampf auch gleich noch beenden lassen. Achso. So, so unbeabsichtigt. Nett. Gut. Verwenden wir es mal noch gegen Team Mii. Hm. Ich würde gerne noch irgendwas von Bayonetta zeigen, weil sie ist ein echt cooler Charakter und ich fand es auch sehr überraschend, dass sie tatsächlich in den Smash gelandet ist. Stimmt. Diese Diskussion hat ja nun auch endlich ein Ende. Was in Smash noch kommen wird. Da die Bellet jetzt rum ist und Bayonetta übrigens auch genau diese gewonnen hat. Ich vermisse trotzdem ziemlich viele Charaktere noch. Vielleicht muss ich mal ein Video machen mit so What's Next. Mit so Ideen, wer vielleicht noch unbedingt mit dabei sein sollte. Oh, das war übrigens gerade super schlecht. Da hat es mich gar nichtmals ausgekickt. Gut, die gehen wir alle weg. Perfekt. Die gehen auch weg. Uh, das möchte ich bitte mitnehmen. Sehr schön. Ach schade, das hätte eigentlich besser enden können. Aber na gut. Ähm, ich glaube, der beste Angriff, den ich hier machen kann, ist genau dieser. Seitwärts B ist hier, glaube ich, das Beste. Als die anderen Angriffe, die halt alle ein bisschen schwierig zu koordinieren sind, wie gesagt. Genau, das hätte ich zum Beispiel bei einem anderen Charakter höchstwahrscheinlich getroffen. Komm mal, ich habe was für dich. Oh, du hast es nicht angenommen. Was ist überhaupt? Ach, Schneemiel! Das ist übrigens mein, ähm, Winter Street-Pass-Me. Der kriegt immer meine Weihnachtsmütze auf und dann... Naja, Street-Pass zahlt einen Schneemann, die anderen Charaktere. Da ist übrigens der Mund die Nase. Falls sich jemand wundert, wie der gemacht wurde. Und der Schönheitsfleck und die Nasenlöcher sind der Mund. Und die Augen sind in die Augen geblieben. Mensch, den habe ich komplett vergessen. Und stark unten. Ähm, ja, dann sind wir ja jetzt quasi schon beim Ende angelangt. Ich hoffe mal, wir kriegen das gebacken. Weil die Angriffe von Bayonetta möchte ich mir eigentlich in dieser Schattenform nicht gerne geben. So. Das hat trotzdem getroffen. Das finde ich ziemlich arg. Hm. Nein, nein, nein. Äh, lass mich wieder raus. Danke. Oh, das war knapper als erwartet. Das muss auch eigentlich überhaupt nicht sein. Oh Mist. Ja, ich muss hier weg. Gott. Schön. Gut. Das hat jetzt schon viel zu viel Erwe gemacht. 25% ist zwar nicht viel. Aber eigentlich sind 25% halt schon 25% zu viel. Weil wir kämpfen halt hier gegen... Blöde Viecher. Ich frage mich gerade. Können wir das Ding in die Hexenzeit kriegen? Ich glaube fast nicht. Okay. Ah. Nein, das war blöd. Ah, ich wollte eigentlich noch was cooles machen. Aber es war zu langsam. Gut. Ich glaube auch, wir müssen hier echt jedes Mal auf diese Schildfunktion zurückgreifen, wenn wir mit anderen Charakteren hier kämpfen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir dummerweise immer noch mit sowas wie Kirby den Modus spielen müssen. Und da habe ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst davor. Gut. Das habe ich super gemacht. Man kann tatsächlich beim Kampf am Ende zeigen, dass Bayonetta tatsächlich in der Luft kämpfen kann. Gut. Perfekt. Also, eigentlich ist das ja ziemlich blöd, so zu dodgen. Aber... Ah. Und vor allem könnte das halt ziemlich viele Probleme machen. Oh nein, das war schlecht. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch überlebe. Okay. Das war auch dumm. Oh mein Gott. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass wir mit beiden Leben bis zum Ende kommen. Krass. So, dann... Geht gleich mal weg. Super. Mega gut. Ah, ich liebe es. Nein, das war schlecht. Das war wiederum echt gut. So, versuchen wir mal das zurückkommen ein bisschen scheiße zu machen. Das ist cool. Ich meine, das ist bestimmt nicht so gedacht, aber das hat perfekt geklappt. Ah, schön. Sehr schön. Ich hab mir das mal eher gewusst. Das hätte mir bestimmt bei der 9 mehr geholfen, als bei der 6.1. Ah, okay. So funktioniert das also nicht. Bam. Und ich würde sagen, wir zerstampfen das Ding. Das hat natürlich super geklappt. Dann hauen wir es mit einer großen Faust nach oben. Schön. Ja, Bayonetta spielt sich verdammt cool. Das ist echt ein Charakter, den ich sehr mag. Hat sogar, glaube ich, jetzt schon Cloud abgelöst, obwohl ich den ja dem Letzten als Lieblingscharakter empfunden habe. Aber mal gucken, was noch passiert. Man weiß ja nie. Ich würde sagen, wir erlauben uns jetzt erstmal an der wunderschönen Bayonetta-Figur, die jetzt übrigens das neue Design hat. Ich hab quasi das Alternativmodell genommen, was aussieht wie die alte Bayonetta. Und die neue Bayonetta ist jetzt das Standardmodell. Das ist ein bisschen konfus gewesen irgendwie am Anfang. Aber naja, okay. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Wir spielen übrigens aus Korin. Bye. 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 Bye.